Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Der Samstagabend rückt ja immer näher und damit unser wichtiges Auswärtsspiel im FC St. Pauli und bis dahin gibt es natürlich noch einige Themen zu besprechen. Unter anderem in Sachen Personal, Ron Schallenberg kehrt zurück und sitzt vielleicht nur auf der Bank oder muss einer von Tempelmann, Seguin oder Uedraogo weichen. Apropos Uedraogo, es gibt weiterhin Diskussionen darüber, ob er uns vielleicht im November mehrere Wochen fehlen wird und zudem ist natürlich auch das Torwartthema weiterhin präsent, steht vielleicht sogar Michael Langer am Samstag im Kasten. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Und wir legen erstmal los mit dem Blick auf den gestrigen Trainingsplatz in Sachen Personalupdate, denn dort gab es schon einige interessante Neuigkeiten. Denn wer uns auf jeden Fall gestern gefehlt hat, waren Danny Latza, Assan Uedraogo und Simon Terodde. Danny Latza hat Probleme mit dem Hüftbeuger. Simon Terodde war zwar auch teilweise mit auf dem Nebenplatz, aber konnte auch weiterhin kein Mannschaftstraining absolvieren. Und bei Assan Uedraogo hat es einfache schulische Gründe gehabt, warum er gestern nicht im Training dabei war. Paul Seguin, der war gestern früher in der Kabine. Das war aber wohl nur eine Vorsichtsmassnahme, hat Schalke auch nochmal gegenüber der Watz klargemacht. Also das ist auf jeden Fall nichts Schlimmeres. Und dann ist eben vor allem auch ganz interessant Ralf Herrmann. Der war gestern tatsächlich zurück auf dem Platz. Er hat größtenteils individuell mit Ball trainieren können. Und somit war das auf jeden Fall sicherlich schon mal ein kleiner Fortschritt. Zudem war auch Justin Treichel, 20-jähriger Torwart aus einer U23 mit dabei, um eben auch dann mit Michael Langer und Justin Hegerin das Torhüter-Trio ja damit eben auch logischerweise vollmachen zu können, weil eben wie gesagt Ralf Herrmann noch nicht komplett im Mannschaftsringen dabei war. Aber immerhin hat er ein paar Fortschritte gemacht. Brian Lassem, der hat gestern auch ein separates Training absolviert. Das war laut Sky wohl noch nicht allzu intensiv. Aber auch bei ihm geht es zumindest mal voran. Er ist sicherlich auch nochmal deutlich weiter als Kenan Karaman. Gegen St. Pauli dürfte das aber wohl möglich noch deutlich zu früh kommen. Aber wir sehen auf jeden Fall, Personal-Update-mäßig geht es zumindest mal voran, was Ralf Herrmann angeht, Latza, Tirodde, die fehlen uns auf jeden Fall weiterhin. Und da muss man sicherlich dann mal abwarten, wie sich die ganze Geschichte so entwickeln wird. Denn natürlich können wir für die nächsten Wochen jeden einzelnen von unseren Spielern gebrauchen. Und vor allem natürlich auch solche Vorsitzmaßnahmen wie bei Paul Seguin hören sich erstmal komisch an. Das wird aber wohl auch nichts Schlimmeres sein. Klar, auf Schalke weiß man nie genau. Auf einmal ist dann doch so eine Maßnahme eine schlimmere Verletzung. Aber normalerweise, wenn Schalke sagt Vorsitzmaßnahme, ist es meistens auch so, dass der Spieler dann am nächsten Tag auch wieder im Training sein wird. Sprich, Paul Seguin dürfte auch heute dann wieder mit dabei sein. Und somit war das also der Blick auf den gestrigen Trainingsplatz. Und dort wurde nach dem Training auch unter anderem mit Lino Tempelmann über die Situation im Zentralmittelfeld gesprochen. Denn in den letzten beiden Spielen haben ja dort immer Tempelmann und Seguin als sozusagen Doppel-6 gespielt, wovon Seguin auch eher der Defensivere war. Und Assan Uedraogo dann als kreativer Zehner. Klar kann man auch anders interpretieren, dass wir im Väter 3 gespielt haben mit Seguin auf der 6, Tempelmann und Uedraogo davor. Sei es drum, die drei haben auf jeden Fall unser 3er Mittelfeld gebildet. Und das lag einem auch unter anderem daran, dass Ron Schallenberg in den letzten beiden Partien rot gesperrt fehlte. Und nun ist natürlich auch die große Frage, er kehrt zurück, ist ja auch eigentlich unser Königstransfer, sitzt aber vielleicht trotzdem nur auf der Bank. Denn es ist natürlich jetzt so, dass vor allem auch ein Tempelmann gegen Magdeburg ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, hat nachher nochmal selber gesagt, ja das war sicherlich mein bestes Spiel für Schalke. Und ich kann mir eigentlich nicht zwingend vorstellen, dass Tempelmann aus der ersten Elf rausrutscht. Und trotzdem hat er sich auch mal über die Rückkehr von Ron Schallenberg geäußert. Darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Wir Spieler können mit Leistung auf dem Platz zeigen, dass wir spielen wollen. Gegen St. Pauli wird es ein anderes Spiel. Wie der Trainer sowohl von der Formation als auch vom Personal aufstellt, werden wir sehen. Macht Tempelmann hier auf jeden Fall nochmal klar, dass er natürlich spielen will, aber es natürlich auch am Ende von verschiedenen Komponenten anabhängt. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob dann eben ein aus diesem Trio Tempelmann-Seguin-Oedraogo weichen muss für Ron Schallenberg. Bislang wurde unser Neuzugang von Paderborn ja auch durchaus bei vielen kritisch gesehen. Ich persönlich fand, dass er schon unserer Defensive eine gewisse Stabilität gegeben hat. Problem war aber eben meistens, dass er komplett alleine gelassen wurde. Und man sollte jetzt auch von ihm keine Steckpässe oder überragende Torvorlagen erwarten. Er ist ein Abräumer, der ganz gut am Ball ist und sicher hinten rausspielen kann. Und diese Qualitäten, glaube ich, können wir gegen St. Pauli auch sehr gut gebrauchen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Ron Schallenberg am Samstag wieder in der Startelf steht und einer von Seguin oder Oedraogo weichen wird. Tempelmann, glaube ich, werden wir auf der 8. Position sehen. Schallenberg eben dann auf der 6. Position. Dann ist eben auch so ein bisschen die Frage, wie willst du es machen? Entweder ähnlich von der Herangehensweise wie in den letzten beiden Spielen. Dann wird womöglich Paul Seguin weichen, der eben auch sozusagen die Schallenberg-Rolle 1 zu 1 bekleidet hat. Und ich finde, das ist auch eher das realistische Szenario. Andererseits, wenn du es gegen St. Pauli ein bisschen defensiver angehen möchtest, ein bisschen anders taktisch machen willst, dann wäre es sicherlich auch eine Option, Oedraogo rauszunehmen. Dann hättest du eben das 3-Mittelfeld, Tempelmann, Seguin, Schallenberg, was ja dann im Grunde ein Ticken defensiver wäre. Ansonsten ist sicherlich auch noch Dominik Drexler eine Option. Und ich finde es einfach generell erstmal wieder gut, dass wir hier jetzt 5 mögliche Startelf-Spiele haben für 3 Positionen. Das tut dem Konkurrenzkampf gut, das tut der ganzen Mannschaft gut. Und das ist auf jeden Fall erstmal wichtig. Tempelmann selber, der ist auf jeden Fall durchaus zuversichtlich, was die nächsten Spiele angeht, eben auch bedingt durch den Sieg gegen Magdeburg. Das hat er gegenüber der Ruhr-Nachrichten auch nochmal klar gemacht. Ich glaube schon, dass es ein Knotenlöser war für uns. Klar, wir sind nicht gut reingekommen ins Spiel, haben dann aber eine Reaktion gezeigt. Es war so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, das Spiel. Aber dass wir dann nach den 20, 30 Minuten am Anfang dann so ein Spiel hinlegen, gibt uns natürlich ein gutes Gefühl. Und ich hoffe, dass wir das jetzt mitnehmen können in den nächsten Wochen. Und für St. Pauli, ja, da zeigt Tempelmann auf jeden Fall Zuversicht. Natürlich ist Pauli kein einfaches Spiel, gerade auswärts. Aber wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir konstant sind, unsere Leistung bringen, egal gegen welchen Gegner. Da wollen wir jetzt gegen Pauli weitermachen. Und genau das wird sicherlich auch sehr wichtig sein, um dort als Mannschaft bestehen zu können. Unabhängig davon, wer eben auch dann im Dreier-Mittelfeld auflaufen wird. Auflaufen wird natürlich auch am Samstag ein Torhüter. Und dort ist aber weiterhin die große Frage, Ralf Fährmann, Michael Langer oder vielleicht sogar Justin Hegerin, wie entscheidet sich Thomas Reis? Gegen Magdeburg wurde ja Michael Langer eingewechselt, weil Ralf Fährmann verletzungsbedingt fehlte. Am Montag sah es ja auch bei Fährmann auch nicht wirklich gut aus. Am Dienstag hat er aber eben auch gestern wirklich mal Fortschritte gemacht. Er hat auf dem Platz trainieren können, hat erst einige Laufrunden gedreht, dann eben auch Übungen absolviert mit dem Ball. Und laut der Watz war dann nach rund 45 Minuten wieder Schluss. Also so richtig drin im Mannschaftstraining war Ralf Fährmann gestern nicht. Da wird sicherlich auch heute dann ganz interessant werden, denn je weniger er natürlich dort mittrainiert, desto wahrscheinlicher ist es eben auch, dass Ralf Fährmann nicht fit genug sein wird. André Hechelmann hat dort nochmal gegenüber der Watz folgendes gesagt. Das wird sich im Laufe der Woche zeigen, bezüglich der Torwartfrage, ob eben dann auch möglicherweise Michael Langer im Tor stehen wird. Klar ist, auf jeden Fall laut der Watz, sollte Fährmann am Samstag gegen St. Pauli ausfallen, dann wird erneut Michael Langer im Tor stehen. Also es ist jetzt irgendwie nicht geplant, dass zum Beispiel Justin Hekerin dann eine Startelf-Chance bekommt. Nein, fehlt Fährmann, wird Langer spielen. Und Lino Tempelmann, auch er hat sich nochmal gegenüber den Ruhrnachrichten zu Langer geäußert. Ich glaube, man hat am Wochenende gesehen, dass er absolut noch kein Opa ist. Ich glaube, mit der Parade am Ende kann man schon sagen, ist er ein bisschen der Matchwinner für uns hinten heraus gewesen. Und damit merkt man eben auch, die Mannschaft, die steht logischerweise auch vollkommen hinter Michael Langer. Und somit wird es auf jeden Fall spannend, was dort noch passiert. Denn natürlich liegt auch bei der ganzen Ralf-Fährmann-Geschichte immer noch der Zwist zwischen ihm, seinem Berater und Thomas Reis. Mit dieser ganzen Geschichte ist er immer noch irgendwie so ein bisschen da. Und die Bild hat hier auch nochmal gemeldet, dass angeblich Reis und Fährmann nach dem Beraterzof gar nicht miteinander reden wollten. Letztlich soll aber unser Mannschaftsrat Fährmann dazu gedrängt haben, auf Reis zuzugehen. Wodurch man eben auch dann die ganze Geschichte wohl relativ neutral gelöst hat. Also auch das Thema ist wohl noch nicht so richtig vom Tisch. Und damit ist für mich auch relativ klar, wenn Ralf Fährmann Samstag fit sein wird, dann wird dort auch ordentlich Druck auf dem Kessel sein, für ihn dann auch tatsächlich Leistung zu bringen. Erst recht nach den Aussagen von seinem Berater. Es ist aber nun wieder wirklich typisch Schalke, diese ganzen Diskussionen rund ums Tor. Am Ende kann man es auf jeden Fall sportlich runterbrechen. Es hängt jetzt stark davon ab, ob Ralf Fährmann zügig, sprich heute oder morgen, komplett ins Mannschaftstraining zurückkehren kann. Ansonsten wird am Samstagabend Michael Langer im Tor stehen. Und in der Startelf wird er dort auch wie angerissen möglicherweise Assan Uedraogo stehen. Und trotzdem ist ja klar, dass uns unser Mittelfeldspieler im November und Dezember mehrere Wochen fehlen könnte, was natürlich keiner will. Denn unser Eigengewächs soll wohl vom DFB für die stattfindende U17-Junioren-WM in Indonesien nominiert werden. Diese findet vom 10. November bis zum 1. Dezember statt. Und somit würde Uedraogo hier wohl vier bis fünf Spiele mindestens mal verpassen. Laut den Ruhr-Nachrichten ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall groß, dass Uedraogo nominiert wird. Schalke 04 ist zwar grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, den Rechtsfuß abzustellen. Das ist eben bei U17-Junioren so. Da kann auch der Verein sagen, nein, das wollen wir nicht. Aber wie man auf jeden Fall hört, wird der DFB alles daran setzen, unseren Offensivspieler mit nach Indonesien zu nehmen. Und wir hatten das Thema ja schon mal. Und nun hat sich auch André Hechelmann nochmal dazu geäußert. Es ist ja noch einige Zeit hin, bis wir diesen Titel kämpfen. Aber wir haben das Thema natürlich auf dem Schirm und sind mit Assan im Austausch. Denn klar ist natürlich auch, dass hier das schulische Thema auch gegeben ist. Denn Uedraogo würde logischerweise auch in der Schule mehrere Wochen nicht da sein. Auch wenn es natürlich logischerweise bei U17-Junioren Ersatzschule gibt, Lehrer gibt, die dann mit an Bord sind. Und trotzdem ist das sicherlich alles nicht optimal. Denn was auf jeden Fall auch klar ist, Schalke würde Uedraogo nur ungern ziehen lassen. Und ich denke mal, darüber muss man auch gar nicht großartig diskutieren. Ich finde, am Ende hat auch der deutsche Fußball viel mehr davon, wenn sich ein Assan Uedraogo in der 2. Bundesliga mehr und mehr in den Fokus spielt. Jetzt nichts gegen eine U17-WM. Aber ich glaube schon, dass es deutlich mehr bringt, auf dem Niveau 2. Bundesliga wirklich Leistung bringen zu können. Und auch aus unserer Sicht wäre es natürlich fatal, wenn uns Uedraogo mehrere Wochen fehlen würde, wenn er komplett aus seinem Umfeld gerissen wäre. Deswegen hoffe ich schon, dass im Falle einer Nominierung Schalke sagt, es ist am besten für den Jungen, wenn er bei uns auf Schalke bleibt, wenn er auch eben für den deutschen Fußball auf hohem Niveau in der 2. Bundesliga-Spielkraxis sammelt. Also das wird auf jeden Fall in den kommenden Wochen noch ein sehr interessantes Thema. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den aktuellen S04-News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Anale Schalker.